Freunde, Shakes & Fidget ist wieder da. Und das ohne, dass es hier weg war. Muss man auch erstmal schaffen. Ich selber habe die letzten Monate ziemlich aktiv reingespielt und bin echt begeistert von dem, was sich in dem Spiel so getan hat. Von hochkarätigen Synchronsprechern bis hin zu ausgebauten Gameplay-Features wie der Arena, wo wir nicht nur PvP'en, sondern auch unseren eigenen Manager spielen können. Wir haben mittlerweile nicht nur den Stall mit den Reittieren, die die Mission beschleunigen, sondern auch so eine Art Kampfhaustier-Feature. Und gefühlt gibt es überall doppelt so viel zu entdecken wie noch vor einigen Jahren. Und vor allem das Ganze mit einem lachenden Auge und wirklich einer Menge Spaß. Auch als Free-to-Play-Spieler. Könnt ihr gerne mal auschecken. Alle Infos in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Da sind wir wieder. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Loreload. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Auch dieser Monat ist schon fast rum. Der Oktober steht vor der Tür und es ist immer noch Sommer und ich schmelze. Aber die Story wird uns heute sicherlich auf coole Gedanken bringen und somit ist das gar kein Problem. Auch irgendwie kosmisches Gleichgewicht. Warm und kalt. Manchmal kann es so einfach sein. Wir haben heute eine ziemlich bunt gemischte Palette von verschiedenen Lore-Themen, die mal mehr, mal weniger aktuell inspiriert sind, weil wir kommen jetzt ja genauestens reingeschippert in eine der größten Flautenphasen, die Dragonflight bisher hatte. Gleichermaßen ist es aber auch eine der aufregendsten Flautenphasen, die wir bisher hatten. Denn wir haben eine Menge 10.2-Stuff, den ich jetzt eigentlich noch nicht im kleinsten Detail durchspoilern möchte mit euch. Und wir schippern auf die BlizzCon zu. Das heißt natürlich, alle drei Minuten gibt es einen neuen, super krassen Leak von jemandem, dessen Onkel bei Blizzard arbeitet und und und. Da wie immer dran denken, Freunde, gerade wenn ihr neu in dieser großen Schnitzeljagd dabei seid. Das ist jedes Jahr dasselbe. Darum habt Spaß, aber lasst euch nicht zu sehr verarschen. Sonst fällt man hinterher nur auf die Schnauze und ärgert sich. Ich selber freue mich sehr auf diese Leak-Season, wie sie genannt wird in großen Teilen der WoW-Community. Schnitzeljagd ist ja dann eher das deutsche Pendant. Da haben wir uns direkt genommen und eingedeutscht. Man kennt ihn. Und deswegen gibt es immer eine Menge zu entdecken. Und dieses Jahr, jetzt in Zeiten von KI, AI-Programmen und und und, da habe ich selber eine große, große Angst entwickelt, was solche Leaks und Fakes angeht, weil du ja Programme mittlerweile mit WoW-Inhalten füttern kannst und die dann daraus lernen und dir entsprechende Ergebnisse ausspucken. Also auch für geschulte und erfahrene Augen wird es, glaube ich, sehr spannend dieses Jahr. Denn wir hatten ja auch schon im Vorfeld einen, verlinke ich euch mal in den Shownotes in der Beschreibung, wirklich gute Leaks. Wenn ihr euch erinnert, die Verlinkung führt zu diesem Bild, das Richtung Shadowlands rumging und zeigt eine Geisterinvasion im Hafen von Sturmwind, wirklich im WoW-Stil. Ja, also das war so ein Leak, wo viele wirklich dachten, das ist der Real Shit. Das kommt so. Und wenn man genau hingesehen hat, gab es sogar noch ein paar Details. Ich glaube, Geister-Bane und so standen da auch mit rum. Das kam dann kurz nachdem auch bekannt wurde, dass einige Anführer ja für Shadowlands Intro-Szenario in den Schlund gebracht, vom Kerkermeister und seinen Dienern entführt wurden und da war das Timing wirklich godlike und die Ausführung auch. Und das war vor dieser ganzen AI-Welle. Also, Freunde, lasst uns wachsam, aber frohen Mutes sein. Und Mut ist genau das richtige Stichwort, denn ich bin immer noch Tauren-Main und wage mich mutigerweise an ein Thema ran, das tatsächlich heiß diskutiert wurde und wird, denn wir wollen ein bisschen sprechen über das kommende Legendary aus 10.2. Das wird ja eine legendäre Axt sein, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, wir kriegen sowas wie neue Dudu-Form. Das kommt ja auch. Habt ihr die neuen Animationen von der Eule gesehen, vom Moonkin? Junge, ich glaube, ich muss alle Dudus auf Eule spielen, wenn ich daran gerade denke. Und ich dachte, wir kriegen vielleicht schon die ersten Ausweitungen von Rassen-Klassen-Kombinationen, den Druiden betreffend, und ein druidisches Legendary und, und, und. Stattdessen haben wir einen der mächtigsten Druiden und Charaktere überhaupt schlafen geschickt und jetzt gehen wir in den Traum rein. Aber vielleicht ist das ja die Brücke. Wenn Malfurion im Altenwald schläft, hat er vielleicht sogar eine noch stärkere Verbindung zum Traum an sich, weil die Kreisläufe, Leben und Tod, hängen ja zusammen, sind letztendlich eins. Und vielleicht wird er dadurch sogar stärker und kann uns im Raid helfen oder so. Hiddenphase. Führer dreht durch in Mythisch und dann, boom, Malfurion fusioniert mit der Winterkönigin. Wird Winterfurion, Junge. Und dann ist der Winter wirklich im Trend am Kommen. Ja, die Starks haben am Ende immer recht, oder wie war es bei GOT? Aber da bin ich immer noch ein bisschen neben mir, wenn ich an diese Malfurion-Geschichte denke und an das, was Isera bisher gemacht hat, sodass man sagen könnte, hey, dass wir Malfurion geopfert haben, das hat sich total gelohnt. Ich glaube, davon sind wir relativ weit weg, stand jetzt. Und deswegen kann ich meine Stirn nur weiterhin runzeln, aber vielleicht hängt es ja dann wirklich mit dieser Tod-Leben-Connection zusammen und sie planen für ihn tatsächlich noch etwas Größeres. Ansonsten würde definitiv etwas fehlen in diesem Patch. Ja, und womit keiner gerechnet hat, war eine Zweihandachse. Die, die Führer selber schwingt, die wir bisher, meine ich, auch noch gar nicht gesehen haben, außer dann in einigen Screenshots, die sie bei der Präsentation aus dem Raid gezeigt haben und einige Konzept-Artworks, die dann mit dieser Axt eben einhergingen. Ja, und viele dachten natürlich, Junge, eine Axt, wenn wir um Weltenbäume irgendwie ringen und in den Traum gehen und alles natürlich, Holz und so weiter, ist schon ein bisschen toxik jetzt von Blizzard. Was ist da denn los? Aber, wenn wir rein von dieser feurigen, leeren Führergeschichte absehen, dann gibt es tatsächlich genau eine Axt in der WoW-Story, die stark mit dem Traum und der Natur verbunden ist. Und da werfe ich den Namen in den Raum Broxigar der Rote. Leider ist der Gute ein Charakter, der in der jüngeren WoW-Geschichte so gut wie gar nicht mehr relevant ist. Ich glaube, wir haben mit Legion eine Questreihe in der Rabenwehr in Valscharar bekommen, in der wir so ein paar Momente vom Krieg der Ahnen nachspielen. Also der großen Invasion der brennenden Legion, Achara, Brunnen der Ewigkeit, Badaboom, Kontinentzersplitterung, wir erinnern uns an so ein paar Details. Und da war auch Broxigar mit dabei und da konnte man ihn, glaube ich, in einem dieser Rückblicke sogar sehen. Generell ist Broxigar der ältere Bruder von unserem Varrox-Sauerfang für Azeroth, wir erinnern uns, die ganze Kampagne, die dann auch unter seiner Schirmherrschaft gegen Sylvanas ging. Und tatsächlich war Broxigar jemand, der durch Schlachtfelder geprägt wurde, jemand, der die ersten großen Krieger auf Azeroth mitmachte, ein gestehlter Veteran, ein sehr respektierter Org, könnte man sagen. Und nicht zuletzt deswegen wurde er auch irgendwann ausgesandt, um eine Zeitanomalie zu untersuchen, mit der keiner so richtig was anfangen konnte. Da wurde sich gedacht, ey, nehmen wir den Soldaten da hinten, der hat so viel Scheiße und Terror gesehen, ne, der kann bestimmt auch mit Zeitanomalien was anfangen. So, was soll's, immer rein da im Zweifelsfall einfach mit der Axt in die Anomalie, oder? Wird schon passen, Junge, wie wenn der Rechner nicht läuft oder der Fahrstuhl zu langsam kommt, dann immer nochmal drücken, hast du nochmal gegentreten, ja, ja, das wird schon passen. Und ihn haben sie ausgeschickt, um das Ding zu untersuchen. Und dann wurde er während dieser Untersuchung durch diese Anomalie gemeinsam mit Ronan und Krasus zurückgeschleudert in der Zeit und darum landeten diese Eumel im Krieg der Ahnen. Übrigens auch nachzulesen in der gleichnamigen Trilogie, sehr schöne Bücher, sehr viel Warcraft-Basis-Lore. Ja, und dann kam's, wie's kommen musste. Broxigar als Org kam jetzt auch nicht so gut klar mit den Nachtelfen, zumindest nicht mit den meisten, ja. Ja, Dämonenschädel konnte er spalten, er war ein krasser Fighter, aber irgendwo in diesem großen Krieg, irgendwo während dieser gigantischen Invasion, ging seine Axt tatsächlich verloren. Glücklicherweise war er da schon mehr oder weniger cool mit einigen anderen Nachtelfen, die wir dann in Richtung Malfurion, Tyrande und Co. einordnen können. Und so kam es dann, dass sie gemerkt haben, ey, der Broxigar, das ist ein krasser Kämpfer, der soll mal noch weitere Dämonenschädel spalten. Und so kam es dann, dass Malfurion mit der Hilfe von Szenarius eine magische Axt schuf, mit der Kraft der Natur eine Axt aus Holz, die aber derart verzaubert war, dass sie schärfer und stärker war als jede andere bis dato bekannte Axt und auch sehr leicht. Also Broxigar als muskelbepackter Ork, der konnte das Ding noch heftiger schwingen, als wir vielleicht mit so einem großen Küchenmesser hier hantieren, weißt du. Und dann ging es da aber durch die Reihen der brennenden Legionen. Also eine Axt mit einer uralten Herkunft, eine Axt mit einer starken Naturverbindung, eine Axt, von der viele Krieger zu Legion hofften, dass sie ihr Artefakt werden würde, aber auch eine Axt, die in letzter Zeit nicht mehr ganz so aktuell war. Ja, genauso wie die Geschichte von Broxigar und auch diese Axt von Fyrag ist jetzt, wie es scheint, kein entstelltes Abbild. Man könnte jetzt sagen, es ist das Gegenstück zu dieser naturgeprägten Axt. Fyrag hat sich jetzt eine gemacht aus Feuer, aus chaotischen, leeren Energien, wie auch immer. Wer weiß, was da alle drin pulsiert, vielleicht sollten wir das gar nicht weiter hinterfragen, aber kann man versuchen, so ein bisschen im Gegensatz zu sehen. Und mittlerweile trägt die Sauerfangnichte diese Axt. Die haben wir gesehen auch bei der Org-Traditionsquiz-Reihe. Da steht sie und hat diese Axt auf dem Rücken. Also die ist tatsächlich noch da. Mich würde es freuen, wenn diese Axt, diese Storyline und diese Blutlinie gesamtheitlich noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht ist da auch in 10.2 noch Platz, aber würde mich ehrlich gesagt wundern. So oder so, Axte und Natur haben eine sehr interessante Beziehung über all die Jahre entwickelt, würde ich sagen. Das Ende von Broxigar dem Roten hätte übrigens orkischer und epischer nicht sein können, denn der stürzte sich zum Ende des Kriegs der Ahnen in das Portal, aus dem die Dämonenscharen eigentlich strömten, weil er merkte, dass seine Freunde und Kameraden mehr Zeit brauchten, und metzelte den endlosen Ansturm der Legion im Alleingang nieder, sodass kein Dämon mehr durch dieses Portal kommen konnte. Junge, was für eine verdammte Legende. Und Sageras selbst ist dann auf ihn aufmerksam geworden, trat vor, und natürlich ist Broxigar dann schreiend weggerannt. Logischerweise nicht, sondern er stürzte sich auf Sageras, schaffte es ihm mit seiner magischen Axt sogar eine kleine Wunde zuzufügen und wurde dann vom gefallenen Titan persönlich gerichtet, hat es aber geschafft, genügend Zeit zu erkaufen. Und diese Wunde konnte dann im Folgenden sogar von Krasus und Co. genutzt werden, um auch Sageras so ein bisschen zu verlangsamen, bevor dann der Titan selbst nach Azeroth greifen und den Krieg noch hätte wenden können. Also was für eine unfassbare Legende. Vorher schon gestehlter Veteran und dann so ein Abgang. Hammergeil. Wenn ihr also das nächste Mal hört oder selber denkt, Äxte und Traum und Natur, das passt irgendwie gar nicht zusammen, dann denkt an die Legende von Broxigar, dem Roten. Rot übrigens, weil Blut. Nur halt nicht sein eigenes, das überall klebte. Unser zweites Thema heute ist tatsächlich eher mit einem lachenden Auge zu betrachten, würde ich sagen, denn auf Twitter bzw. X gab es eine große Diskussionsrunde von unseren amerikanischen Rollenspielfreunden. Und da ging es um passende Allianz-Tmox. Gerade jetzt mit dem, was wir vom Handelsposten bekommen haben, der ganze fraktionsübergreifende Stuff, der ja auch dazu einlädt, mal ein paar neue Sachen zu probieren und und und. Und ganz plötzlich aus dem Nix fragte jemand, warum hatten die Allianz oder die Menschen von Sturmwind, wie auch immer, warum haben die den eigentlichen Löwensymbol auf ihrem Wappenrock? Und allgemein als Zeichen, wir haben doch gar keine Löwen in den östlichen Königreichen. Und da war Ruhe in ein paar Sekunden. Da ist erstmal gar nichts passiert. Da kamen erstmal alle anderen Gespräche zum Erliegen und dann wurde sich darauf konzentriert. Und es gab dann zwei größere Lager. Die einen, die meinten, hey, wir haben genau einen Löwen und zwar im Schattenhochland. Da gab und gibt es einen Rare Mob, der als Löwe mit dicker Mähne eben spawnen kann und im Schattenhochland, ich glaube, auf einer festen Route patrouilliert. War damals ein kleines Highlight-Pet für Hunter. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob der irgendwie gekämmt wird. Vermutlich nicht mehr als Jäger mit dem ganzen Warmode on, Warmode off, Chromie-Time-Facing. Also da kommt man so schnell an alle Pets ran. Ich glaube, da ist auch Loke in der Hack oder Gondria aus Nordend. Ja, die sind, denke ich, auch nicht mehr ganz so spannend wie ihrer Zeit, als sie neu reinkamen. Aber aufgrund dieses einen Löwen wurde dann eben vermutet, dass es vor langer Zeit mehr Löwen in den östlichen Königreichen gab. Und wenn wir über Menschen reden, dann sind die auch in der Fantasy-Welt von WoW nicht immer ganz so weit weg von unserem Verhalten hier. Das heißt, sie haben Löwen gesehen, die fanden die ganz interessant, vielleicht waren die sogar selten. Also müssen wir sie jagen, auffressen, über den Kamin hängen, wie auch immer. Da sind Menschen ja doch häufig gleich, sad life. Und so gab es dann eine große Diskussion darüber, dass die Menschen die Löwen einfach ausgerottet haben, die aber trotzdem anmutig genug fanden, um sie eben auf ihr Wappen zu setzen. Andere haben dann gesagt, hey, wir haben doch noch einen Löwen. Was ist denn mit dem Löwen von Azeroth, dem Löwen der Allianz, nämlich unser Anduin Lothar. Ja, von dem das natürlich durchaus ausgehen kann. Aber auch da wurde dann wieder hinterfragt, hey, wieso kommt der denn jetzt auf Löwe? Also irgendwoher muss ja trotzdem diese Begrifflichkeit und diese Ehrung, die damit zusammenhängt, kommen. Irgendwie müssen ja verdammt viele Menschen so einen Löwen mal gesehen haben. Waren die vielleicht wirklich ein bisschen omnipräsenter? Und dann gab es eine super interessante Idee von jemandem, der sagte, was ist denn, wenn wir tatsächlich früher auf den östlichen Königreichen einen wilden Gott hatten, einen Wild-Gott in Form eines Löwen. Und der wurde dann tatsächlich vertrieben über das Ausbauen der Städte, über die Urbanisierung oder wie auch immer. Und der hatte tatsächlich mit den frühen Menschen angebandelt und wurde dann als so eine Art lebendige Folklore, ja, immer weitergegeben und so entstand dann dieses, man könnte fast sagen, Statussymbol eines Löwen, ja, so dass er dann letztendlich auf dem Wappen von Sturmwind auch landen konnte, auf den schönen Wappenröcken und wo er nicht überall dabei ist. Und die Idee fand ich super cool. Ich bin mir nicht sicher, ob man das alles überhaupt so zerdenken sollte, aber hey, um genau das zu tun, sind wir ja hier. Und ich habe die Idee einfach sehr genossen. Und die Hinführung zu dieser Idee überhaupt, ne, die dann von dieser Frage ausging, wie ist das denn mit Löwen überhaupt, hat da schon mal jemand nachgefragt. Und wie cool wäre es, wenn wir den Wappengeber der Allianz letztendlich im Traum jetzt wiedersehen und auf einmal haben wir noch einen wilden Gott, nicht in Form von Eulen und Bären und Wölfen, sondern auf einmal so einen Löwe. Und der sagt dann, na, ihr Eumel, wie sieht es aus mit euren Wappenröcken? Muss ich mal wieder ein Modell stehen oder wollen wir mal ein HD-Modell draufhauen? Fände ich ja geil, musste ich auch denken. In diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an die ersten Bilder, die dann so gezeichnet wurden von Nashörnern, Elefanten und Co. Und zwar von Leuten, denen einfach berichtet wurde, wie diese Tiere aussehen. Da gibt es ja unglaublich skurrile Umsetzungen in den Tiefen des Internets. Ja, früher konntest du nicht einfach hingehen, mit dem Handy ein Foto machen in irgendeinem Zoo oder im Afrika-Urlaub oder wie auch immer und schickst das den Leuten. Nee, da hattest du entweder das Glück, dass du selber zeichnen konntest oder du musstest das wem beschreiben und was da manchmal rauskam. Du siehst aus wie irgendein Endboss in einem Playstation 2 Winnie-Pooh-Spiel. Da kannst du dir aber umgucken. Und an sowas, ja, musste ich direkt denken bei dieser eigentlich ganz witzigen Herleitung mit einer irgendwie auch traurigen Note, weil irgendwie müssen diese Löwen dann ja verschwunden sein. Und da ist die Antwort dann vermutlich einfach Mensch. Und trotzdem eine schöne Connection, bei der ich mich sehr freuen würde, wenn wir da tatsächlich noch ein bisschen mehr Hintergrund-Story bekommen würden. Interessante Diskussion. Und noch interessanter für mich, wie solche Diskurse und Gespräche dann doch manchmal entstehen können. Ich glaube gar nicht so lange her, da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass wir manchmal einfach eine lustige Lore-Zeit auch in den Livestreams haben, ein bisschen rumblödeln. Dann kommt jemand rein, der erstmal anfängt mit, hey Leute, ich habe ja nicht so den Plan, aber... Und dann wird eine Frage gestellt, wo auch erstmal alle so einen gemeinschaftlichen Plattenhänger haben und wir dann gucken müssen, hm, ja, interessanter Gedanke. Was machen wir jetzt mit dem? Kriegen wir das eingeordnet? Sollten wir das einordnen? Oder täuschen wir alle ein Disconnect vor und rennen schreiend weg? Das sind die Optionen. Wir fahren weiter auf unserer heutigen Themen-Achterbahn-Strecke, denn, Freunde, ich habe nochmal in die Drenai-Quest-Reihe reingeschaut und fand einen Teil tatsächlich sehr, sehr spannend, über den wir, glaube ich, so noch gar nicht häufig gesprochen haben, außer einmal im Zusammenhang mit den Lügen der Titanen, wo den Titanen ja vorgeworfen wurde von der Lehre, dass sie sich Dinge nehmen und diese zu ihren Gunsten umschreiben, umformen und zum Teil auch umbenennen. Da ging es, glaube ich, um den wahren Namen von Azeroth oder Kalimdor, möglicherweise einfach von allem. Und da wollte ich jetzt hin mit euch zu diesem Punkt und da springen wir jetzt auch in die Drenai-Quest-Reihe rein, denn dort questen wir ja mit dem sündhaften, rothäutigen Eredal namens Arsalkal. Und das klingt schon so ein bisschen dämonisch. Und am Ende, als Velen dann sagt, und er spricht ja für die Drenai, er ist ja der Prophet, okay, wir gucken mal, wie das läuft, wenn wir zusammenarbeiten. Und möglicherweise ist es jetzt die Zeit der Vergebung, da haben wir dann ja auch schon im entsprechenden Video drüber gesprochen, dass Velen da vielleicht auch vom Licht angetrieben wird, dass das Licht merkt, die anderen Kosmosmächte, die machen wieder mobil und darum ist jetzt die große Zeit der Gnade und der Vergebung, um natürlich auch die Reihen des Lichts zu stärken, Diener zu rekrutieren und sich für einen größeren Kampf zu rüsten. Aber um den Punkt soll es nur bedingt gehen, denn dieser Arsalkal, Arsalkal, ja mit schickem Apostroph, der meinte dann am Ende, er möchte so nicht mehr heißen. Wenn er jetzt wieder unter den Drenai, unter Wellen wandeln soll, dann möchte er nur noch Arsal heißen, also er wählt den Namen, den er auch früher hatte, bevor er mit dem Chaos loslegte, bevor er sich der Legion anschloss. Und das ist ein Punkt, über den man, glaube ich, kosmotechnisch reden kann und der vielleicht dieses Äh, geklaut und umbenannt, nochmal in ein ganz anderes Licht rückt. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsbeispiel, Naru, leeren Kreatur. Wenn das Licht Naru verlässt, wenn der Akku leer ist, kann der in die Leere absteigen, wird eine leeren Kreatur, pumpen wir den wieder voll, wird das wieder Naru. Und wenn wir jetzt einen Naru haben, der heißt Schniedelwutzi, dann wird er als leeren Kreatur höchstwahrscheinlich nicht mehr Schniedelwutzi heißen, sondern Schniedelsaron oder Joksa Schniedel oder wie auch immer. Und wenn du den dann wieder umbottelst, dann wird es wieder Schniedelwutzi. Das ist ja so ein Konzept, was wir hier bei diesem Draener Hexenmeister auf einer geringeren Dienerebene sehen, was uns aber sagen kann, dass wir im Kosmos möglicherweise sogar bei allen Dienern die Möglichkeit haben, die so oder so zu ermächtigen. Und damit wir dann nicht nur im Aussehen und in der Ausübung dieser erhaltenen Kräfte sehen, wo er hingehört, gibt es eben auch eine entsprechende Umbenennung oder eine Ergänzung im Namen. Wenn wir uns unsere Lichtmutti Xerra beispielsweise vorstellen, vielleicht gibt es da einfach eine Art Energiemasse. Und aus dieser Energiemasse wurde eben in dem Fall Xerra erschaffen, denn diese Energie wurde vom Licht beansprucht. Und wenn aber ein Lehrendiener gesagt hätte, ein Lehrenfürst, ein Schöpfer der Lehre, du, ich greife auch auf diese Energie zu und schaffe da jetzt etwas Ähnliches, dann wäre es möglicherweise Yasha Xerra geworden. Dann hätten wir das Lehrenpondant dazu. Beim Tod, wenn der sei, hey, ich schöpfe auch aus der Energie und beanspruche jetzt diesen Diener, dieses ungeformte Ding, diese Rohmasse, die beanspruche ich jetzt zu dem Tod, dann wäre es Xerra-Wahl, im Sinne von Zoowahl, weniger im Sinne von Buckelwahl, das wäre dann vielleicht beim Leben. Ja, und schon müssten die sich wieder streiten, Leben und Tod hängen zusammen, zack, Waliwal. Neben diesen eher Quatschbeispielen haben wir allerdings auch den ein oder anderen Kandidaten ingame, bei dem wir eine solche Verwandlung und auch Umbenennung miterleben. Beispielsweise Muru, den vorletzten Boss im Sonnenbohnenplateau, dem Raid, der mit TBC kam. Ja, Killjaden am Ende. Und da wird auch der Naru Muru ausgelaugt und wird zum leeren Kreaturenvieh Entropius. Und das müssen wir dann umhauen und am Ende blieb, meine ich, nur noch so ein Splitter übrig, ja. Und das war dann diese verbliebene Restenergie. Aber Muru verwandelte sich zu Entropius und wurde dann von uns gerichtet. Also das ist so ähnlich wie mit Schniedel Saron, nur dass wir dem noch nicht begegnet sind und ich hoffe, das bleibt noch so, weil das Modell muss ich mir nicht unbedingt vorstellen. Dennoch, worauf ich mit diesen Beispielen hinaus will, möglicherweise ist dieses Beanspruchen, dieses Klauen, tatsächlich ein normales Kosmosprinzip. Ja, dein Diener, so ein Unsinn. Das ist jetzt meiner. Wie wenn man bei Yu-Gi-Oh! früher entsprechende Zauberkarten gespielt hat. Nettes Monster, das du da hast. Zack, jetzt ist es meins. Und wenn wir uns jetzt also vorstellen können, dass wir beispielsweise eine Xera vom Licht zur Leere wandeln können, dann wird aus Xera, Xeraschash. Oder dann von der Leere zum Leben, dann haben wir Xeonal, super kreativ. Und dann zum Tod, dann haben wir Xeval. Und dann wieder zurück, dann haben wir ja auch so ein ganz eigenes Gleichgewicht wieder, wenn jeder in der Lage sein müsste, sonst ist ja kein Gleichgewicht, Diener derart zu beanspruchen oder auf diese Machtrohmasse zugreifen zu können. Auf so eine Art Rohform des Dieners, die man dann mit seiner Macht überschreiben beziehungsweise erfüllen kann. Ist es dann nicht vielleicht wieder das Ende vom Lied, auch wenn wir an den kosmischen Kasten aus der letzten Folge denken, dass es eigentlich das Ziel sein sollte, all diese Mächte in einer Form zu vereinen, statt sich regelmäßig zu überschreiben, sich die Diener zu klauen und die Alleinherrschaft anzustreben? Ist es dann das eigentlich gewollte kosmische Prinzip, dass eine solche Form existiert und wir pinseln die eben nicht nur mit einer Farbe an, sondern machen eine schöne Collage, das Beste aus allen Kräften vereint, in einem Diener, zu dem ich jetzt definitiv keinen Namen basteln werde, sonst habe ich einen Knoten in der Zunge und ihr in den Ohren. Das wollen wir gern vermeiden. Aber da könnten wir jetzt über diese eigentlich sehr simple Geschichte mit dem Namensklau, könnten wir tatsächlich versuchen, eine Brücke des kosmischen Gleichgewichts hin zu diesem Kasten der kosmischen Kuriositäten zu schlagen und dann letztendlich hin zu dem, was ich zum Beispiel von Anduin, meinem nächsten Wächter von Azeroth, erwarte oder zumindest dem, was vielleicht die Ersten auch für den Kosmos geplant haben oder für Azeroth, ob jetzt die Mächte wollen oder nicht, das ist ja nach wie vor eine der beliebtesten Theorien, dass wir Azeroth schon verloren haben, nicht an die Leere, nicht an das Licht, sondern an alle Mächte, dass wenn diese mächtige Wesenheit erwacht, sie entweder in der Lage ist, den Kosmos einfach neu zu starten mit zum Thanos-Schnipsen oder sie eben in der Lage ist, alle Mächte im Zaum zu halten, den ultimativen Frieden zu bringen, weil sie einen Teil von jedem in sich trägt und darum auch für jeden Partei ergreifen, jeden verstehen, jeden leiten und lenken kann. Also das alles könnte man auch mit diesem Namensraub im Ursprung prinzipiell mit reinschmelzen in diese geeinter Kosmos-Geschichte und ein Stück weit wollen sie uns da ja im Moment haben. Zumindest mit den Fragen, die sie aufwerfen, kann natürlich eine falsche Fährte sein, am Ende wird alles umgeworfen und Azeroth ist doch ein leeren Titan. Das ist die wahre Lüge. Die alten Götter haben nur ihre Heimat beschützt und die Titanen wollten es ein bisschen anders angehen als Sageras, der die eine verdorbene Weltenseele ja zerschlagen hat, wo wir ja auch noch nicht genau wissen, was gibt das möglicherweise irgendwann für ein Nachspiel. Aber vielleicht war in Azeroth nie ein verdorbener Titan, sondern ein herangreifender Lehrenfürst. Die alten Götter haben den einfach verteidigt und wirklich alles, was wir zur Lehre wissen, ist von den Titanen konstruiert worden, um einfach böse und parasitär und sonst wie zu wirken. Tja, man kann das mittlerweile alles hinterfragen, wenn wir uns dann aber andere von der Lehre eroberte Welten ansehen und die vielen anderen Möglichkeiten Azeroth betreffen und uns der Hoffnung hingeben, dass nicht alles in den Chroniken erstunken und erlogen war. Odin, ich hab dich im Auge. Dann, glaube ich, scheidet das doch eher aus, aber Vorsicht bei Blizzard, mit dem Motto Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Können wir hier diese ganze Folge vielleicht nach dem nächsten BlizzCon Q&A über den Haufen werfen. Also bevor wir jetzt in den Azeroth-Theorie-Deepdive gehen, mal wieder würde ich sagen, an der Stelle ziehen wir einfach eine Linie und wollen jetzt weniger gucken, was ist denn in Azeroth drin so los und bleiben lieber bei kosmisches Gleichgewicht. Da sind wir dabei. In Legion, meine ich, war es. Da hatten wir diese große Prophezeiung vom Auserwählten, vom Kind, von Licht und Schatten. Diese Quests wurden unter der Schirmherrschaft von Khadgar durchgeführt und gelenkt, meine ich, von diesem Herz des Lichts, also dem Kernstück eines Naru, dem Kernstück von Xerra. Und da müssen wir natürlich genauso vorsichtig sein wie bei der Lehre. Die Lehre ist letztendlich eine Macht, die viele Möglichkeiten sieht, hier abwägt und deswegen auch die in meinen Augen geilsten Prophezeiungen hat. Aber auch die wissen natürlich nicht alles. Die kennen nicht die ultimative Wahrheit, sonst wären sie ja schon die großen Kosmosgewinner. Genauso ist es beim Licht. Also die sehen auch nur, wenn man so will, die halbe Wahrheit. Und die Lehre die andere Hälfte, was auch schon wieder impliziert, dass sie eigentlich mal zusammenarbeiten sollten, in welcher Form auch immer. Und da sind wir schon. Allerdings wollte ich ein bisschen tiefer rein. In dieser Questreihe haben wir auch sowas erzählt bekommen, wie Elune habe wohl die Naru erschaffen, was in den momentanen Wissensstand von Elune mit Pantheon des Lebens, den ganzen Shadowlands, Winterqueen, Schwestergeschichten und so weiter, auch irgendwie nur sehr schwer noch reinpasst und auch von Blizzard seitdem gar nicht mehr angerührt wurde. Oder also ist das auch schon wieder irgendeine Propaganda? Oder äh, vorsichtig. Bevor wir wieder in Oder 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 ausarten, wie beim letzten Mal, machen wir auch da direkten Strich drunter, Freunde. Denn wir wollten eher beim Kind von Licht und Schatten bleiben. Ja, und da dachten viele direkt, das muss unser Illidan sein. Und der kann es auch immer noch sein. Allerdings ist er als Kandidat ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, als er dann vom vermeintlichen Schatten, nämlich dem Chaos, geläutert werden sollte, auf der Windika, als Xerah ihn ergriff mit diesem Licht, man muss eigentlich sagen fesseln, und ihm dann etwas Gutes tun wollte, denn das Licht durchfuhr Illidan und sie wollte eben mit diesem Prozess, diesem Reinigungsritual, seine wunden Läutern vom Fell, vom Chaos und ihn mit Licht erfüllen. Und Illidan schrie dann, ich will das nicht, ich suche mir mein eigenes Schicksal, glaube nicht an eure seltsamen Wege und Prophezeiungen, ich bin meine Narben, dieser ikonische Satz, und dann hat er ja den Eyebeam gefeffert, und diese chaotische Essenz hat er dann Xerah komplett zersplittern lassen. Das hat Turalyon und den anderen Kommandanten der Armee des Lichts nicht so gut gefallen, aber hey, ist Illidan, der hat nicht die stärkste Plot-Armor, also dessen Rüstung kriegen wir so schnell nicht kaputt. Ich glaube, seine Hand hat ein bisschen geblutet, als er das Schwert von Turalyon abfing, und dann war auch schon wieder gut, dann hatten wir andere Sorgen in diesem Moment. Die Legion stand vor der Haustür, oder besser gesagt, wir vor ihrer Haustür, und so blieb dann keine Zeit für Gemetze in den eigenen Reihen. Aber, da war Illidan dann schlagartig doch nicht mehr so interessant, als Kind der Prophezeiung, und noch spannender, die ganze Prophezeiung wurde natürlich noch mehr hinterfragt, denn man hat gesehen, dass auch die Naru nicht nur schicker, dir lieb zuflüsternder Weihnachtsbaumschmuck sind, sondern dass die auch durchsetzungsfähig sind, kämpfen können, das Licht als Waffe einsetzen können, energisch sind, und nicht einfach deine Freunde, sondern die folgen auch einer gewissen Agenda, und wenn du nicht spurst, dann können die dich durchaus überreden, sodass du doch nach ihrem Willen umherläufst, es sei denn, natürlich, du bist ein entsprechend geskillter Dämonenjäger, und machst so ein bisschen Sargeras-Cosplay, als du das Pantheon einfach mit den Teufelswinden davongeweht hast, und mit davongeweht meine ich, aufentspannt den ganzen Körper zerlötet, und die Seelen gleich mit, wenn die nicht einen Schutzzauber abbekommen hätten, also Chaos-Energie wissen wir, macht da kurzen Prozess, ne, und darum könnte man jetzt in unserem Zusammenhang, wenn wir von Illidan mal absehen, dann könnten wir wieder auf jemanden kommen wie Anduin, das Kind von Licht und Schatten, oder wie habe ich neulich in einem Stream gesagt, dass das Licht von Kind und Schatten oder so, auch interessant, aber das meinen wir jetzt gar nicht, und vielleicht beschäftigt sich Licht nicht nur mit der Macht Licht, und Schatten nicht mit dem Gegenpol Leere, oder wie bei Illidan Chaos, da fängt es ja schon an, ein bisschen interpretativ aus der Reihe zu tanzen, sondern dass wir wirklich vom 3x3 gesplitteten Kosmos sprechen, also die Lichtkräfte, so was wie Licht, wie Leben, wie Ordnung, und dann die eher dunklen, schattigen Gegenpole, wie Leere, Chaos und Tod, und schon sind wir wieder bei dieser Mischung, die uns zum einen an das kosmische Kästchen erinnert, auch wenn die Anordnung da ein bisschen seltsamer, nahezu willkürlich war, und wir sind vor allem beim geeinten Kosmos, möglicherweise geeint in einer Schlüsselfigur, in einem Charakter, in einem Kind von Licht und Schatten. Anduin, wir brauchen dich, oder? Sie schreiben Medan einfach wieder rein, das wäre so random, oh man, ich hoffe wirklich Anduin, also Katka wäre ja auch so ein Kandidat, ich weiß nicht, ja haben wir noch wen? Haben wir noch irgendjemanden? Gut, ist Rawl im Notfall, wenn Chris Metzen jetzt auch richtig Bock hat, wieder beim Schreiben. Der heißt ja nicht umsonst Green Jesus in Fachkreisen, aber für mich kann es eigentlich nur Anduin sein. Wir haben krasse Charaktere, ja ich schwärme ja immer von Malfurion, aber ist das jemand, den man in so einer Rolle sehen würde? Ich würde sagen, nein, und Anduin hat ja schon unter Wellen studiert, da haben wir ja auch ein wunderbares Hörspiel zu, beziehungsweise eine Kurzgeschichte auf der offiziellen WoW-Homepage, weiß nicht, ob ihr die gelesen habt, die Lektionen des Propheten, auch da einige Stellen, die nochmal interessant werden könnten, also Empfehlungen für selber lesen oder reinjetten in meine WoW-Hörbuch-Playlist auf YouTube und so viele Punkte, die mich letztendlich auch bei dem, was wir heute besprochen haben, immer an Anduin denken lassen und da ich nicht glaube, dass sie mich verliebt habe in den guten Mann, gehe ich mal stark davon aus, dass wir einfach viele Hinweise haben, die sehr, sehr gut zu ihm und seiner Entwicklung passen würden und darum bleibt der für mich der heißeste Kandidat. Jo, Freunde, das war wieder ein ganz schöner Ritt durch die Themen. Was haben wir denn unter der letzten Folge auf Spotify noch für Gedanken gehabt? Da habe ich ja gefragt, was habt ihr für Gedanken zu diesem Kästchen, das wir am Ende vom Rätsel-Event bekommen haben. Wie lang kann man ein Wort ziehen? Rätsel-Event. Großartig. Wir haben zum Beispiel von Kevin, ich finde einen Teil von Yasharaj ziemlich interessant, weil er mit den Sors auch nicht gerade befreundet war, aber aus Chaos werde ich nicht schlau. Das ist so das Ding. Da bin ich ganz bei Kevin, man hat eine coole Idee und dann kommt wer und sagt, ja und was ist mit Ordnung? Ja, und dann hat der Nächste eine Idee und dann schreit wieder einer, was ist jetzt mit Chaos? Also, da wollen sie uns seltsam im Dunkeln tappen lassen, sowohl was diese Mächte und die Kiste generell angeht, als auch die Anordnung der Mächte mit diesen Inschriften. Sehr, sehr merkwürdig. Kubik hat geschrieben, hiernach fällt mir nur noch eins ein, Infinity Stones. Wer könnte solche Kisten verstecken, suchen lassen, die ewig Reisenden, wenn jemand höheres Wissen über den Kosmos hat, dann diese Gruppierung, die, wo mittlerweile unsere Venari höchstwahrscheinlich mitmischen dürfte, die ja Ende Shadowlands aufgestiegen ist, in diese Reihen der ewigen Reisenden, die wir ja noch gar nicht so häufig gesehen haben. Das sind die Kollegen, die wir vom Shadowlands, was war das, Deluxe Edition Mount beschwören konnten, diesem Anima-Wurm, auf den man aufmauten und dann auf diese Sphäre in seinem Hintern klicken kann und damit ruft man so einen ewigen Reisenden, kann Seelen für den sammeln und dann kriegt man sein Set serviert, was dann auch solche Symboliken hat, die man dann mit den Schattenlanden und der Unendlichkeit und was nicht alles interpretativ vergleichen konnte, müssen wir vielleicht auch mal eine extra Folge drüber machen. Auf jeden Fall sind das Kollegen, die auch sehr mächtig sein müssen und die tatsächlich bei vielen Machenschaften in der Welt ihre Finger im Spiel haben dürften und von denen wir seit längerer Zeit so gar nichts gehört haben. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Mini-Easter-Eck in unserem Abenteuerführer. Wenn ihr den aufmacht und die empfohlenen Inhalte auf der dann linken Seite komplett durchscrollt, dann kriegt man da ja eine Kupfermünze und einen Tag später kannst du das wieder machen, kriegst du eine Silbermünze, nochmal ein Gold, am Ende waren es 10 Gold oder so und dann kriegst du noch ein Dankeschreiben von dem anonymen Gönner, der sich bedankt, dass er uns so lange ausspionieren durfte und dass wir so schön auf seinen simplen Geld-Trick reingefallen sind oder irgendwie so. Ja, also da draußen ist noch irgendwas, was uns beobachtet. Irgendwelche Kapuzen-Dudes, die wohl schon immer im Hintergrund mitmischen. Da gab es dann die großen Aluhut-Seiten auch von Shadowlands, wo dann sämtliche Kapuzen-Darstellungen auch die Dudes an den Seiten vom dunklen Portal auseinandergenommen wurden und was soll das sein? Wurde da in gewisser Weise Medivh verewigt oder ist auch das eine Darstellung von diesen ewigen Reisenden und warum haben die so viele Symboliken in ihren Klamotten, die wir auch mit dem Tod der Ewigkeit in Shadowlands und auch nicht so aktuellen Themenbereichen in WoW verknüpfen können, die dann nicht mit dem Zeitpunkt ihres Auftritts, der war eben zu Shadowlands oder zum Anfang, sondern auch weit darüber hinaus in verschiedene Verbindungen setzen können. Darum ein weiteres großes Rätsel in der bunten Lore von WoW. Vielleicht ist das das nächste Elun-Rätsel und vielleicht zeigen die sich innerhalb der nächsten 10 Addons und dann haben die einen Auftritt und dann wissen wir irgendwie noch weniger. Das wäre auch ein typisches Blizzard-Ding, oder? Justin hat noch geschrieben, ich denke in den Kisten befindet sich das One Piece. Interessante Verknüpfung, aber no Pirates, wir erinnern uns. Algrat hat geschrieben, maybe ist in der Kiste eine Taschendimension, in der Chromatus eingesperrt wurde, oder da ist auch was mit den Ewigen passiert, dann ist die Kiste maybe uralt, aber erst in kommenden Addons erschaffen worden. Oh, super spannende Idee, ich hoffe nicht, dass wir unsere Gedankenwelt mit so viel Zeitreise-Paradoxon-Gelöt irgendwie dann voll ins Hops nehmen, ja, aber möglicherweise ist diese Kiste aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt worden, darum weggeschlossen, weil wir nicht bereit sind für das, was in dieser Kiste liegt. Wir hätten ja jetzt auch mal noch einen Patch abwarten können, bis wir Tür voll ins Auf Geweckt haben, bevor wir diese Kiste dann bergen, aber konnten wir ja nicht, die wurde ja angegriffen, ne? Ach, Tür, Junge, der wird aufwachen und sagen, Leute, ich hoffe, ihr habt die Kiste nicht genommen. Das werden seine ersten Worte sein. Oh Gott, sehr spannende Idee, würde natürlich zu dem ganzen Nostormu-Murosan-Zeitrisse-Gelöt passen, aber könnte natürlich sehr schnell so verworren werden, dass es wirklich weh tut, drüber nachzudenken, ne? Wir wissen, seit WOD sind sie auch ein bisschen vorsichtiger geworden bei diesen Anomalien, die irgendwie temporaler Natur sind, dennoch sehr interessanter Gedanke. Und Richard schreibt noch, was wäre denn, wenn in dem Kästchen eine Art Schlüssel drin ist, der den Schleier zur Leere und zur Taschendimension der brennenden Legion zerreißen kann? Oh, dass dort Fragmente oder einfach Artefakte eingeschlossen sind, die diese unterschiedlichen Schleier öffnen können, ohne dass wir die machtvoll zerreißen? Wir wissen ja, seit Zerret Mortis oder seit diesen Zerret-Geschichten, dass vieles weniger magischer Fantasy-Natur ist, sondern oft einfach eine mechanische Basis hat. Ja, da funktioniert viel mit Zahnrädern, mit irgendwelchen metallenen Puppen, die dann ermächtigt werden, ein Bewusstsein kriegen und so weiter. Ja, Körper, die ganz normal geformt werden. Wir hatten einen Architekt in Zerret Mortis im Allerheiligsten der Schattenlande und des Nachlebens. Darum könnte das auch sein, dass wir dort Teile haben, die uns einfach Portale öffnen, Zugang geben, ja, und warum auch immer dann derart geteilt weggeschlossen worden, da haben wir dann wieder größere Fragezeichen, aber erst mal super interessant zu hören, wie eure Gedanken in Teilen aussehen und wir merken und wir merken zügig in super unterschiedliche Bereiche geht, in die verschiedensten Vermutungen, das zeigt uns glaube ich ganz gut, dass Blizzard wirklich gezielt nur ganz wenige Infos dort gegeben hat, uns jetzt zappeln lassen möchte und dann müssen wir das zappeln jetzt ein bisschen genießen, sammeln weiter coole Ideen und sind dann gespannt, für was sich Blizzard am Ende entscheidet, aber allein was Dragonflight doch für Themenbereiche angestoßen hat, ja, nicht wirklich erzählt hat, aber uns gewisse Bereiche gedanklich verknüpfen lässt, sei es die Geschichte mit Chromatus, der jetzt erwähnt wurde, ja, diese Schleier, die uns immer wieder beschäftigen, wo wir ja auch auf Achara, die leeren Armee und so weiter warten, dann hatten wir diese Zeitreise mit drin, wegen den ewigen, die Reisenden auf einmal, die ewigen Drachen, wieder was anderes als die ewige Reisenden und Junge, also, ich freue mich sehr auf die weiteren Entwicklungen. Außerdem freue ich mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart, liebe Leute, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank für euren wunderbaren Support, die schönen Rückmeldungen, das viele wunderbare Feedback und natürlich eure Zeit und eure Ohren, beides leidt ihr mir hier regelmäßig, finde ich super und darum hoffe ich, dass wir uns auch bei den nächsten Folgen gesund und munter wiederhören, wenn noch Fragen sind, alles soweit unten in den Beschreibungen verlinkt, könnt ihr super gerne mal auschecken, vielleicht ist ja was Interessantes dabei, viele bunte Playlists auf YouTube und und und, checkt das gerne mal aus und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, zerbrecht euch nicht so sehr den Kopf über kosmische Kästchen und sonstige Kuriositäten, am Ende wird eh alles eins, das ist das, was wir von heute erstmal mitnehmen und vielleicht sieht das nächste Woche schon wieder anders aus, ich freue mich drauf, macht es gut, haut rein und tschau haus z bis zum nächsten an das